Wir kommen ins Ausland. In Großbritannien bahnt sich eine vierte Coronavirus-Welle an. Die Infektionszahlen schnellen in den vergangenen Tagen wieder in die Höhe und das liegt in erster Linie an der sogenannten Delta-Variante. Premierminister Boris Johnson hält trotzdem an den nächsten geplanten Öffnungsschritten Mitte Juli fest und erntet dafür immer mehr Kritik. Wochenlang ist in Großbritannien eine Sieben-Tages-Inzidenz von um die 20 verzeichnet worden. Aktuell liegt sie wieder bei über 200 und ist damit die höchste in ganz Europa. Die Delta-Variante hat die Coronavirus-Situation in Großbritannien erneut verschärft. Sie macht mittlerweile so gut wie alle neuen Corona-Fälle aus und sie ist nachweislich ansteckender als andere Mutationen. Die Zahl der Spitalseinweisungen steigt in Großbritannien aber nicht im selben Ausmaß an. Das ist laut der britischen Regierung auf den Impffortschritt im Land zurückzuführen. Knapp zwei Drittel der über 18-Jährigen sind bereits vollständig geimpft. Und das ist für Premierminister Boris Johnson Grund genug, weiterhin an den geplanten Öffnungsschritten ab 19. Juli festzuhalten. Unter diesen Umständen müssen wir eine vorsichtige und ausgewogene Entscheidung treffen. Es gibt nur einen Grund, warum wir in einer Phase, in der wir normalerweise weiter zusperren würden, mit Schritt 4 fortfahren. Und das ist die Wirksamkeit der Impfkampagne. Der öffentliche Gesundheitsdienst NHS wandt trotzdem vor zu schnellen und weitgreifenden Lockerungen. Auch wenn weniger Covid-19-PatientInnen im Krankenhaus behandelt werden müssten, gäbe es einen enormen Rückstau bei anderen Behandlungen. Die Corona-Situation in Großbritannien wird derzeit auch wegen der Fußball-Europameisterschaft sehr genau beobachtet. Die beiden Halbfinalspiele und das Finalspiel am Sonntag werden nämlich im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen. Und dort sind nach wie vor 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erlaubt.